Hallo ihr Lieben, für den 31.12., den letzten Tag des Jahres, ziehen wir natürlich auch eine Glückszahl. Okay, da kommt sie schon. Wir haben heute die Glückszahl 8. Das ist eine schöne Zahl für heute, weil das ist auch die Zahl der Unendlichkeit. Wenn man die hier so auf die Seite legt, dann ist das das Unendlich-Zeichen. Das ist eine ganz, ganz schöne Zahl für den ewigen Kreis und heute schließen wir ja auch wieder einen Kreis ab, nämlich das alte Jahr. Ich wünsche euch ein ganz schönes Fest und bis bald. Tschüss!